Wie holen Sie Ihre Zielgruppe zu Ihrer Website? Werden Sie WiseDoc Publisher WiseDoc macht es erstmals möglich, dass die Internet-User Ihrer Zielgruppe Ihre Website als Browser-Startseite sehen. WiseDoc-User melden sich mit der Angabe Ihrer Interessengebiete an und erhalten einen persönlichen Link, den Sie in Ihrem Browser als Startseite einrichten. Jedes Mal, wenn der User nun seinen Browser öffnet, wird er auf eine Website unserer Publisher weitergeleitet, die zu seinen Interessen passt. WiseDoc ermöglicht damit den schnellsten Zugang zur Zielgruppe im Internet, denn die User werden unmittelbar und ohne zwischengeschaltete Werbung über die gesamte Bildschirmfläche erreicht. Ihre Website wird vollständig im Browser des Users angezeigt. Damit haben Sie die volle Aufmerksamkeit Ihres Besuchers. Außerdem ist keine Erstellung von Werbemitteln notwendig. Die Kampagnen-Erstellung ist denkbar einfach und die Zielgruppe lässt sich dabei noch über weit mehr als nur das Interessengebiet definieren. Sie können Ihre Website zusätzlich nach Ort, Alter und sogar Geschlecht schalten. Eine so exakte Zielgruppendefinition ist sonst nur selten möglich. WiseDoc eignet sich damit optimal für Kampagnen von neuen oder noch unbekannten Produkten und Dienstleistungen. Aber auch zielgruppenspezifische Kampagnen, die bei anderen Werbeformen einen zu großen Streuverlust erleiden, kommen so direkt als Startseite zum passenden User. Und selbst für Shops, Gastronomiebetriebe oder andere Unternehmen, die vor allem Kunden in ihrer Umgebung auf sich aufmerksam machen wollen, ist WiseDoc ein flexibles und preisleistungsstarkes Marketing-Tool. Da unser System es ermöglicht, die Werbekosten besonders effizient einzusetzen, haben wir eine Plattform geschaffen, die für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation hervorbringt. Neben einer Umsatzbeteiligung unserer User spenden wir 10% aller Einnahmen an weltweite Hilfsprojekte. Damit demonstrieren Sie als WiseDoc Publisher mit Ihrem Unternehmen gleichzeitig Corporate Social Responsibility. Und trotz allem sind die Kampagnengebühren auf Pay-Per-Visit Basis extrem niedrig. Probieren Sie es einfach und ohne jegliches Risiko aus. Sie zahlen bei vollständiger Kontrolle über die Kosten nur für die Besuche, die tatsächlich auf Ihrer Webseite zustande kommen. Schalten Sie Ihre WiseDoc Kampagne jetzt. Ihre Zielgruppe wartet bereits auf Sie.